Wenn der kleine Bruder im falschen Moment reinplatzt. Oh! Was macht ihr da? Warte mal kurz, warum hast du die Tür nicht zugeschlossen? Ich hab die abgeschlossen, du bist nochmal aufs Klo gegangen. Wahrscheinlich hast du das einfach dann vergeschlossen. Wir spielen nur Fang. Wieso denn Fang? Seit wann spielt man so dein Fang? Fangen mit En am Ende. Ja, aber erklär doch deinem kleinen Bruder mal, seit wann man so Fang spielt. Das macht man so, man versucht sich unter der Bettdecke zu fangen. Das haben wir gerade so gemacht. Aber wieso habt ihr beim Fang denn untenrum nichts an? Hast du das so schnell gesehen, als du reingekommen bist? Nein, aber da unten liegt doch die Unterwäsche von Sarah. Schatz, komm wieder mal weg. Jetzt muss ja dein kleiner Bruder nicht mal mit Tangas sehen. Ja, also Fakt ist, wir haben Fang gespielt. Okay. Mama, können wir auch Fang spielen, aber im Bett ohne Hose?